Frau Marx ist verstanden? Ja, heute Nacht um drei. Wurdest du nicht informiert? Nee, wollte ich nicht. Tut mir leid, Ivo. Ja, ich weiß, 40 Minuten noch mal. Das verstehe ich, aber das tut mir leid. Aber das ist in der palliativen Pflege so. Ich kann ja nicht einfach einem Patienten sagen, dass er schneller sterben soll. Hallo Frau Bronstorf, bitte. Hallo, Sie schon wieder. Wollen Sie einen Kaffee? Wie geht's Ihnen? Heute Morgen ist gar nicht gut. Wobei, der Studi ist auch scheiße. Kommst zurecht? Freunde zu betreuen. Du weißt, du kannst jederzeit abgeben. Kann ich nicht. Letzte Warnung. Ich will keine Hilfe geben. Weiß ich auch. Sieht aber gut aus. Mir geht's darum, was für Solvay am besten ist. Das ist mein Job. Das ist dein Job. Ich auch dein Job. Du weißt. Sein Job. Ich bin ein Job. Ich bin ein Job. Das ist dein Job. Du weißt.